So, willkommen zu einer neuen Folge Woden City. Mit dem Fabian Wetter. Gibt es eigentlich wieder mal eine Folge, wo alle dabei sind? Wird schwierig im Moment, wird schwierig. Glaub ich? Also doch, spätestens wenn du weg bist, gibt es in vielen Folgen, wo alle dabei sind. Schon klar. Hallo? Wer ist denn das? Meine Schwester. Achso. Das kennen wir doch. Vor Folge 3 oder so, oder? Ja. Ich habe gemeint, der Federer ist irgendwie nah auf ihn gejoint. Wieso nicht? Irgendwie ähnlich tönt. Ich weiss nicht, ob das ein Kompliment ist oder eine Beleidigung. Junge 4, das ist jetzt nicht weiter raus. Äh, nein. Ähm, ich habe doch weiter. Wieso habe ich sechs, zwanzig Leder in meiner Kiste? Hm? Eines von euch hat sich nach der Kuh, nach dem Kuhschlachten, wahrscheinlich mal in meine Kiste ausgeschisst. Keine Ahnung. So, wenn ich euch kenne. Also ich bin es nicht. Er hat sie jetzt auch gesagt. Ja. Ich glaube es ist schon. Ich weiß schon welche Lapp ich sehe ist. Du musst mal mich zücken. Ach ich muss jetzt erstmal das Krippelloch fertig stopfen. Ist jetzt fast fertig. So. Check, check. Achso. Äh, mit dem Namen nur mit der Farmer vor. Irgendwie. Oder, weil hast du noch lange mit ihm im Haus. Also ja, ich bin gerade im Badezimmer. Weisst du, ich mache eigentlich jetzt unwichtiges Zeug. Ja, das ist wichtig. Ich bin jetzt im Badezimmer und dann bin ich eigentlich mehr oder weniger fertig. Dann muss ich noch das Dach drauf machen. So. Das sieht aber scheiss aus, wenn ich da jetzt einen Cauldron anmache, oder? Als Wasserding im Badezimmer. Schon. Holz. So, und du. Hey. Also, willst du mal zu mir schauen? Badezimmer. Ja, kann ich sonst. Ich muss nur noch schnell aus meinem Mk, wo voller Wasser steht. Ist das auch unten reingebaut? Ja. Ja, wo will ich es oben hin tun? Ja, oben steht überhaupt nichts bis jetzt, oder? Ja, was will ich denn oben hin tun? Ja, es ist einfach so leer. Ja, klar mache ich mir etwas hin, aber mit dem Badezimmer, da habe ich gar keinen Platz. Ähm, hast du gerade zufällig gewisse Glaspains? In der Kiste hat es nur 15. Oder normale. Von grau, wenn man erst gar nicht anfängt. Doch, das ist jetzt etwa 15 Stacks. Nein, es sind glaube ich 2,5. Nein, es sind 3 oder so. Boah, die Teure. Also, schnell in deine Hut klatschen. Jetzt bin ich gerade in das Lagerhaus geklatscht. Ich fange da zu mal rein. 3,5 Stacks grau rein. Ich schaue mir, was besser aussieht. Als Spiegel. Dein Wohnzimmer ist wirklich noch leer, oder? Ja, das ist noch leer, da muss noch total safe hier oben hin. Da habe ich immer noch nicht screenshotet. Aber da ist sicher jetzt 24 Stunden am Stück gelaufen, sonst ist nichts passiert. Den tue ich einfach reinbauen. Oh, ja. Würde ja machen. Sonst tue ich, falls es noch brennen, tue ich einfach die Game Rule 2 Fire Tick. Mache und dann breite ich weiter. Oder ich mache einfach Toggle Downfall. Hey, schau. Hey, das ist der Duschkopf. Wenn du runter machst, haust du ihn voll in den Green rein. Baaaaaaaaaah. Und da ist wegen deinem WC-Rollen. Oh, oh. Und die Kästchen. Mhm. Warte schnell, ich muss noch schnell beraten. Oh, das sieht alles scheiss aus. Ich muss noch mal. Okay, nein. Vergiss es. Ich muss es anders noch mal lösen. Ich muss noch beleuchten ein bisschen. Ähm, tu mir das. Sie ist schon wieder gegangen. Mhm. Ja. Was soll ich das aufmachen? Ich weiss, mein Haus ist fertig geworden. Ich weiss, mein Haus ist fertig geworden. Was bringt mir das? Äh. Was kann ich das auch fertig bekommen? Weiss ich nicht. Was dir das bringt? Mir bringt es, aber ich bin nicht so allein. Und du siehst, wenn man schöne Häuser baut. Halt schnurren. Ich muss noch dazu sagen, es ist mein Erster. Hast du mir nie ein Haus gebaut? Nö. Die einzige, die ich je gebaut habe, sind die in den Pocket Edition. Die sehen immer scheiss aus. Ich habe versucht, ein gutes Haus zu bauen. Aber es ist immer noch nicht fertig. Obwohl ich glaube, ich habe mittlerweile die Welt gelöscht. Ich habe den Pocket Edition. Es ist zwar mittlerweile nicht schlecht, aber... Mittlerweile ist sie richtig gut eigentlich. Schon fast. Ja, eben. Mittlerweile ist es eigentlich gar nicht mal schlecht. Aber irgendwie kann man noch nicht viel damit anfangen. Ja. Gut, wenn du jetzt die richtige Minecraft nicht hättest. Ja klar. Ist sie recht gut. Es kommt schon sehr nahe an die richtige Minecraft an. Es fehlt nicht mehr so viel. Und es hat halt die Rätzung funktioniert. Aber es gibt alle möglichen Holzarten. Also nein, die Richtung ist noch nicht richtig drin. Es ist erst, also die Rails gibt es. Aber ja, es gibt jetzt alle die Holzarten und so. Gibt es eine KC auch schon? Nein, das nicht. Und jetzt, in der nächsten Updates hätte es ja eine neue Weltgenerator gegeben. Mhm. Aber das Update, weiß ich auch nicht. Es geht wahrscheinlich so lange wie 1.8. Schon länger. Auf das warten wir schon länger. Auf 1.8? Nein. Nein, ich glaube, ich weiss es gar nicht. Ja, dort wahrscheinlich schon. Also ich warte nicht drauf, aber... Die, die darauf warten... Mittlerweile habe ich seit der richtige Minecraft den Überblick verloren. Ich habe nachher gesagt auch mit der Sim. Ich habe nachher gesagt nicht mehr wirklich für die Poké Edition. Oh, das schiesst mich jetzt richtig an, das Hausdorch zu bauen. Ja. Es bringt es eigentlich etwas, wenn man sich überisst. Also ist das dann... Ja. Wird das dann irgendwie zusätzliche Hungerbalken? Oder wird das irgendwie... Ja. Wird das nur halb gewartet? Also wenn ich jetzt mal halb mit einem 100 Dinges Steak isse, dann hätte ich dann fast drei Hungerbalken mehr. Nein. So ist es glaube ich schon nicht. Aber eine gewisse Zeit hast du mehr... Ja, also dann würde es das nicht lohnen. Also ja. Wir wissen halt nicht wie lange es geht. Brenn könnte es überprüfen, aber... Hoppla. Ja. Er hätte in 101 gesagt, was es... Er hätte gesagt, dass ich zuerst aber wüsste schon was es für ein Mod ist. Weil es in 100 Jeans gesagt hat, ob es hätte gehanden. Hm... Ich glaube schon. Nein, ich glaube nicht. Aber was es... Weiss ich nicht, wüsste es wird angezeigt halt wie lange es noch gut ist, bis man wieder eine Essenskoil verliert oder so. Irgend so etwas, ja. Und ich muss auch... Also nein, es wird nicht angezeigt wegen der Essenskoil. Sondern es wird angezeigt, wenn man sich überfrisst. Und man kann sich ja so viel reinstopfen wie man eigentlich will. Wenn man jetzt zum Beispiel... Sechs Steaks anstatt drei... reinstopft, dann braucht es eine gewisse Zeit länger. Dass die Hungerbalken runtergeht. Und mit dem Mod von Brennan kann man das jetzt im Prinzip prüfen wie lange es noch geht. Das ist eigentlich der Sinn von dem... Mod. Andi? Du bist auch? Ja klar, aber die Firewall blockiert dich die ganze Zeit. Aus irgendeinem Grund. Kannst du sie nicht deaktivieren? Du meinst, ich mach das. Ja. Nein. Bei der Aufnahme schon. So. Wenn du nichts runterladest... Dann... Ist egal. Also da sind wir dann wieder. Sorry für den kleinen Cut, aber... Ja, was ist denn gewesen? Okay. Die Firewall spuckt. Ja. Oh. Zombie snipet. Creep snipet. Wenn man Creep mit einem Feuerpfeil anschiesst, explodiert er dann. Hm? Wenn man Creep mit einem Feuerpfeil anschiesst, explodiert er dann. Ich hab keine Ahnung. Schade. Also wenn das geht, dann brauche ich unbedingt den Feuerbogen. Dann kann ich die Creep vor dem Brennan sein und überhaupt... ...anschiessen. ...lösen. Du hast ihn mit unendlich viel Arbeit gehabt mit äh... Genau. ...reparieren. Er hat das mit in seinem Keller nicht mehr durchgraben. Ist schon ein wenig asozial. Mhm. Boah, scheissnacht. Hast du mitbekommen, dass Brennan gestorben ist? Letzte Folge. Nein. Ich habe einen Creep und seine Nachricht gekittet. ...wann er im Wasser geseit ist und der Creep ist explodiert. YOLO. Ich habe schon wieder das Weizenfeld auch gut gemacht. Das Weizenfeld muss unbedingt bald verlegt werden. Was muss verlegt werden? Das Weizenfeld. Das Weizenfeld, ja klar. Das habe ich schon wieder die gemacht, weil ich jetzt so ein bisschen draufgeschmissen habe. So, und ich muss jetzt wieder die Birke fällen. Ich könnte jetzt gleich erzählen, wie in der letzten Folge schon das ist. Oder? Ja. Ist ja langweilig. Äh... Wo hat es eigentlich überall noch? Birke? Birke? Also meinst du jetzt hier, oder? Ah, hier vor der Lage ist ja noch ganz viel. Ich weiss das ja ehrlich gesagt nicht. Ich brauche die Birke im Moment nicht. Und ich weiss nicht, ob es jemals brauchen wird. Und ich kann das hier einfach nicht kennenlernen. Was ist denn? Und ich kann das bei mir nicht kennenlernen. Ich kann das mal sehr stark auf machen. Nimm dich weg. Das wird eine ziemlich kattete Folge. Ich weiss nicht, was mit der Firewall los ist. Ich schaue nach der Folge mal. Vielleicht finde ich sie raus. Du bist schon wieder dropped. Hm? Du bist schon wieder dropped gewesen. Meinst du das? Ja. Okay. Ich habe keine Ahnung, ich schaue nachher mal. Ich habe keine Ahnung, ich schieße. Pfff. Okay. Oh, du bist nicht da. Ja. Ähm. Ich stehe gerade unproduktiv in meinem Badezimmer rum. Ich muss aber jetzt inspirieren. Ich laufe gerade jetzt durch das Badezimmer durch und habe auch den Weg. Ich glaube. Und Sand. Ich weiss jetzt schon, dass mein Haus niemals schönste vollen wird. Das ist jetzt schon klar. Andi. Noch einmal. Da sind wir wieder. Das ist besser. Das ist besser. Abbehandlung, die Folge. Egal wie lange sie ist. Da regt es mich auf, da habe ich keine Lust mehr. Low quality. Boah das ist scheisse so. Was ist scheisse? Ich versuche gerade einen Spiegel zu machen, aber es geht nicht. Ich kriege keinen schlauen Ahnen. Was, was probierst du überhaupt? Mein Badezimmer. Ein Spiegel anzuhängen, das irgendwie nach etwas aussieht. Aber irgendwie sieht es schwul aus. Für einen richtig guten Spiegel müsstest du es in den Berg bauen. Dann? Nein. Dann kann es nochmal nachbauen auf der anderen Seite. Hä? Ich meine mein Badezimmer. Etwas, was ein Spiegel darstellt und nicht komplett scheisse aussieht. Ja, schon klar. Aber für einen richtig guten Spiegel musst du es in den Berg einbauen. Was an? Dann kannst du alles nochmal genau abpausen. Ja. Das ist extrem aufwendig, glaube ich. Nicht nachdem. Ich muss noch ein paar Cobblestone loswerden. Äh, woher habe ich überhaupt? Keine Ahnung. Ah. Jetzt weiss ich es. Okay, das wäre es dann für die Folge. Ja, jetzt haben wir den Item für mich. Dann beende ich jetzt so die Folge. Schießt mir an. Äh. Bye. Bye. Bye.